Hallo und willkommen bei Hertha Geek. Freunde, zurzeit haben wir ja die Länderspielpause und da muss man ja mit Themen um die Ecke kommen, die nicht so ganz boring sind, oder? Also muss schon ein bisschen interessant sein, wa? Und mir fiel da so ein, ja, mach doch mal ein Video über die Leihspieler, die Hertha gerade im Ausland weitestgehend am Laufen hat und berichte. Ich habe mir da sechs Spielernamen rausgesucht und möchte euch das mal hier ein bisschen näher bringen. Unsere Leihspieler kicken ja in Belgien, Italien, Schottland, Slowakei, Türkei und ganz weit Sachsen-Anhalt. Fange ich doch mal mit dem Kanga an, Freunde, ja. Der ist ja, soweit ihr Bescheid wisst, zu Standard Lüttich verliehen worden. Kam ja für 5 Millionen Euro Ablöse aus der Schweiz damals von Young Boys Bern. Hat nicht so richtig gezündet hier bei uns und trumpft jetzt im Leihclub Standard Lüttich richtig auf. Nice. Also ich finde es eigentlich auch geil. Also ich wünsche den Leuten, die ja verliehen werden, nur das Allerbeste. Und er hat bei Lüttich eben auch nicht diese Sprachbarriere, Freunde und mehr Selbstvertrauen getankt. Und das führt halt dazu, dass er aktuell bei Lüttich der Top-Torschütze ist. Ja. Neun Treffer, drei Assists in 27 Spielen. Das ist ja schon mal richtig nice. Das ist geil. Das ist schon mal ein Top-Wert. Option für Kanga? Ja. Kaufoption leider nicht. Ja. Bei Hertha ist er noch bis 2026 unter Vertrag. Wir wollen ihn, glaube ich, schon gern verkaufen im Sommer. Und dass aber Lüttich eine Festverpflichtung hinbekommt, ist eher unwahrscheinlich. Also Leute, da müssen wir mal sehen, was da geht, ja. Vielleicht kehrt er auch zurück. Ja. Oder ein anderer Verein kommt und sagt, lasst uns noch mal reden, Hertha, ja. Gut. Dann nächster Kicker ist Suaz Herda. Ja, Hellas Verona. Da ist er hingegangen nach Italien. Und nachdem er ja mit Schalke und Hertha abgestiegen ist, ja, der Junge ist gebeutelt, hat er gesagt, ich gehe mal ins Ausland. Ja, vielleicht habe ich da mehr Glück. Und hatte einen schleppenden Start bei Hellas Verona. Ja, aber mittlerweile ist er seit Mitte Januar Stammspieler auf der Doppel-Sechs mit einem bekannten, ja, mit André Duda. Ja. Der hat ja bei Köln lange gekickt und dann ist er auch nach Italien gegangen. Ja, im Interview meint Serda, ja, Italien ist nice. Er fühlt sich da eigentlich richtig wohl. Er hat sich in dieses Land verliebt. Ja. Dann soll er auch da bleiben, wa? Sag ich mal so ganz hart. Und Hellas hat eine Kaufoption. Das ist schon mal richtig geil. Ich glaube, die liegt so bei 4 Millionen für den guten Serda. Ja. Aber jetzt ist die Frage, kann Hellas Verona die Klasse halten? Wenn sie es schaffen, dann könnten sie ihn ja kaufen und auch wieder verkaufen, zum Beispiel. Oder, ja, er müsste dann, weil Vertrag bei Arta bis 2,26 zurückkommen. Aber ein Comeback, ein Comeback, also den Comeback mit Breiselbeersoße, nein, Comeback wäre nur interessant, wenn wir wahrscheinlich dann irgendwie aufsteigen sollten. Ich glaube, Serda spielt keine zweite Liga. Und das könnte dann vielleicht so aussehen. Man muss es sehen. Man muss es sehen. Also vielleicht sagt auch Verona, ja, die Doppelsex funktioniert. Er hat sich jetzt richtig schön in die Startelf reingespielt. Und wir wollen ihn haben. Da müssen sie aber auch die Knete hinlegen. Nächster. Müse an Maoli da. Maoli nicht da. Moment ist er nicht da. Weil er nämlich bei Habernien, Eddingberg, in Schottland rumkickt. Ja. Der ist in Schottland für eine Laie. Ja. Und hatte ja schon mal in der Rückrunde 20, 22, 23 ein Laie gehabt nach Start Rehm, aber hat nicht funktioniert. Fruchtete nicht. Ja, da ist er auch nicht durchgestartet, Leute. Und jetzt im Januar, eben auf Laiebasis, ohne Kaufoption. Ja, ohne Kaufoption. Nach Schottland gewechselt. Aber, Freunde, es gibt ein großes Aber, ein Ausrufungszeichen. Dort zündet er. Ja. Hat schon fünf Tore, ein Assist, zehn Premiership-Einsätze. Das ist schon mal richtig geil. Er macht auf sich aufmerksam. Im englischsprachigen Raum, sag ich mal. Ja. Und er macht da auch oft den Mittelstürmer. Und irgendwie funzt. Also, vielleicht hat er auch einen Trainer, der ihn richtig in den Arsch tritt. Bei Pahl, meinte er damals. Ich glaube, für Pahl war es irgendwie der faulste Spieler, um es nochmal so hart zu sagen, den er je erlebt hat. Ja. Harte Aussage. Also, ich habe das da damals im Video auch ein bisschen kritisiert, ob man nicht ein bisschen, ja, und so, ne, sowas zu sagen. In der Öffentlichkeit ist schon immer ein harter Stiefel. Aber jedenfalls funktioniert es. Hertha hat bis 2025 noch einen Vertrag und zahlt einen Teil des Gehaltes, ja. Also, so ganz sind wir dann erstmal von der Geizliste noch nicht losgeworden. Ja, aber umso mehr er knipst, können wir mal die Daumen drücken. Umso interessanter wird er für den englischsprachigen Markt. Und vielleicht will ihn einer dann haben. Ja. Schauen wir mal. Nächster Spieler. Sehr interessant, Freunde. Sehr interessant. Sehr nice. Freue ich mich irgendwie drauf. Unser Aichi, ja. Julian Eitschberger ist ja beim Halleschen FC. Dritte Liga. Da soll er ja Spielpraxis sammeln, wie damals unser Winkler bei Mannheim. Hat gut getan dem Winkler und tut auch dem Aichi gut, ja. Er ist da eine feste Größe auf der rechten Verteidigerseite, soweit ich weiß. Und wird aber wieder im Sommer zu uns zurückkommen. Also der war wirklich nur für ein Leerjahr ausgeliehen, um Erfahrung zu sammeln, um größer zu werden. Hat funktioniert. Wenn er wiederkommt, hat er ja eine ganz andere Ausgangsposition, einen ganz anderen Konkurrenzkampf, als damals, wo er gegangen ist. Nämlich, wie ihr wisst, wird ja für Sifuik der Vertrag nicht verlängert und für Peter Pekarig läuft der aus. Also zwei Spieler fallen da weg. Und Kenny ist noch im Raum. Die Frage, what is mit Kenny? Ja, also weil er sehr teuer ist und vielleicht auch in die erste Bundesliga will. Oder England, weiß ich wo. Aber jedenfalls erstklassig. Wollte er schon mal. Ja, und das kann durchaus sein, dass das dann auch stattfinden wird. Da hätte natürlich Aichi dann richtig, ja, Chancen zu spielen. Also ganz anders, als wo er weggegangen ist. Schon gut da. Ich freue mich, wenn er wiederkommt. Also haben wir einen guten Verteidiger auf jeden Fall mit ihm. Dann Kilian Zona ist ja auch verliehen nach MSK Celina. Das ist in der slowakischen Liga. Tabellenzweite in der Nikkei-Liga. Das ist die erste Liga in der Slowakei. Da hat, glaube ich, auch unser Pekarig damals das Kicken gelernt. Und wurde er Anfang Februar verliehen. Da läuft es nicht so gut, Freunde. Da läuft es nicht so gut. Er wartet noch auf seinen Durchbruch. Er hatte bis jetzt drei Teileinsätze in der Liga und auch nur 90 Minuten Auftritt im Pokal gehabt. Also der Junge startet nicht durch. Also es tut mir für den leid, weil der ja wirklich mit diesem Kreuzbandrins zu uns gekommen ist und danach gleich wieder verletzt war. Also dem würde ich es schon gönnen, ja. Dass der auch mal fußfest, ja, in dem Sport. Ja, Vertrag eben bis 2,26 und bei Hertha hat er halt eh keine Zukunft so richtig. Also da steht irgendwie noch alles im Raum, was mit dem passiert. Mit dem Sonnen. Ja, naja, vielleicht hat er jetzt noch ein bisschen Spielpraxis, wo der ein oder andere Verein noch sieht und vielleicht klopft der eine an und sagt, ja, gib dem mal für den Spallenthaler. Ja. So, und guter Letzt. Enza Aksakar. Ja, der ist in die Türkei verliehen. In die Türkei verliehen. Zu Götz, der Beizmir. Ja, wechselte Mitte September. Funktioniert überhaupt nicht wie erhofft. Nein. Überhaupt nicht. Das ist auch so mit Enzona. Die Verlierer, wenn man so will, in der Leie, ja. Er hat ja noch einen Profivertrag bis 2,25 bei uns, aber er hatte da in der türkischen zweiten Liga erst lediglich zwei Teileinsätze gehabt. Ja, also der kam da überhaupt noch nicht zum Zuge. Ja, der Verein hat zwar eine Kaufoption, aber wird sie, äh, relativ sicher nicht ziehen. Also, so wie er da auftritt, leider, und wie es nicht funktioniert. Aber man kann trotzdem, äh, davon ausgehen, dass er vielleicht sogar da auch in der türkischen Liga fußfest im anderen Klub. Also, höchstwahrscheinlich wird er in der Türkei bleiben. Gut, Leute, das war's. Ja, hier, Update. Leihspieler. Wirst da beschellt. Ja, seid da wieder mal auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Video. Ciao.